Ja hallo wieder mal. Das nächste zu essen auf unserer Reise ist die Hagebutte. Die wilde Hagebutte ist gut zu erkennen an den dornenbewachsenen Stängeln und natürlich die Früchte. Die Früchte enthalten sehr viel Vitamin C, man kann sie roh verspeisen. Allerdings sind viele Kerne darin, die eignen sich nicht zum Essen, da sie extrem die Atemwege reizen können und natürlich auch den Hals. Ihr seht die Kerne, die sind sehr stark bewachsen mit Haaren. Diese sind nicht geeignet zum Verspeisen, da sie Reizungen hervorrufen und ziemlich stark jucken. Bei kleinen Kindern werden diese auch Juckpulver genannt. Oh, die Hälfte ist runtergefallen. Nicht so schlimm, ich demonstriere es an der anderen Hälfte. Man popelt die Kerne einfach heraus. Man kann daraus eine wunderschöne Soße auch kochen und die weiß wild tun. Bei einem Wildbraten, eine Hagebuttensoße ist wunderbar. Wie gesagt, enthält sehr viel Vitamin C. Optimale Sache. Noch ein bisschen sauber putzen ist natürlich alles mit Arbeit verbunden, aber so ist das beim Überleben. So, soviel zur Hagebutte. Die Hagebutte schmeckt ein bisschen säuerlich. Ein bisschen Apfelähnlich, wenn sie noch nicht ganz so butschig ist. So in diesem Zustand. Schön hart. Ich beiß mal nur ein bisschen in die Schale. Wie gesagt, bei den Kernen ein bisschen aufpassen. Eine sehr gute Frucht. Soviel zur Hagebutte. Soviel Die Hage.